Erik Herr und Juliane Engelke sind Berliner Meister der Hauptgruppe S-Latein. Am Samstag setzte sich das Tanzpaar in der höchsten Startklasse des Lateintanz durch. Es ist sehr gut. Man freut sich natürlich schon, weil es hätte alles passieren können. Und jetzt sind wir froh, dass wir das dann noch geschafft haben. Wir trainieren immer weiter, hören nie auf. Das darf man einfach nicht, um erfolgreich zu sein. Und deswegen ist es auch sehr schwer, wie Juliane schon gesagt hat, fast jeden Tag Training. Man muss immer fit sein, immer on point. Erik Herr und Juliane Engelke tanzen erst seit knapp eineinhalb Jahren zusammen. Mit dem Sieg haben sich die Weltmeisterschaftsteilnehmer und Sieger des Summer Dance Festivals nun für die deutschen Meisterschaften qualifiziert. Also letztes Jahr waren wir 17. bei der S-Klasse und jetzt haben wir natürlich besser zu sein, vielleicht auch ins Semifinale zu kommen. Wir trainieren auf jeden Fall dafür. Insgesamt wurden am Wochenende in der Grete Bergmann Sporthalle in gut 20 Disziplinen die neuen Landesmeister ermittelt.